I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. Öl TV I want it, I want it all. Herzlich willkommen zu unserer Top 10 Show der Katalogneuheiten. Und es handelt sich hier um unseren aktuellen Katalog. Und vielleicht haben Sie ihn auch schon zu Hause. Und dann können Sie jetzt gerne einmal hier auf die Seite 109 blättern, weil damit beginnen wir nämlich gleich. Und wie gesagt, wir haben hier unsere Bestseller aus dem aktuellen Katalog schon mal für Sie zusammengesucht. Und wir starten jetzt auch am besten mit Platz 10. Und da legen wir jetzt los. Hier kommt Ihr Platz. Ja, und wenn Sie jetzt die Seite 109 in Ihrem aktuellen Katalog aufgeschlagen haben, dann sehen Sie hier unten in der Ecke unseren Benzingenerator. Und um den geht es jetzt auch. Ja, ich finde das toll, dass wir Ihnen diese Produkte hier zeigen können. Das ist unser Benzingenerator. Das ist das erste Mal, dass wir den jetzt haben. Vor zwei, drei Tagen haben wir das erste Mal bekommen. Hier vorne steht er. Und ich gehe da mal nach vorne und zeige Ihnen mal, was der alles kann. Sie kennen diese Geräte vielleicht von der Freiwilligen Feuerwehr, von Baustellen, wo man eben Strom mit erzeugen kann, obwohl man gar keine Steckdose in der Nähe hat. Der hier ist ganz, ganz einfach zu bedienen. Hier oben ist ein kleiner Einfüllstutzen. Da füllen Sie ganz normales Autobenzin rein. Bei der Feuerwehr und so, da nehmen die meistens Diesel. Das ist viel, viel lauter, macht mehr Krach, mehr Ruß, mehr Staub, alles. Der hier ist sehr, sehr sauber, hat auch einen Auspuff natürlich dran. Sie füllen hier oben also ganz normales Benzin rein. Dann haben Sie hier einen kleinen Zug. Da ziehen Sie an dem Seil und dann springt der auch schon an. Das ist ein Viertakt-Benzinmotor. Das heißt, er ist sehr leise, er hat nur 93 Dezibel. Und hier vorne habe ich dann tatsächlich diese ganzen Anschlüsse zur Verfügung, inklusive hier diese beiden 230 Volt Steckdosen. Das ist ein sogenanntes Notstromaggregat. Das bedeutet, hier kann ich jetzt tatsächlich meinen eigenen Strom erzeugen, wenn mal kein Strom zur Verfügung stehen sollte. Und das ist eine Sache, über die sich sehr, sehr viele Leute von Ihnen Gedanken machen. Das ist auch richtig so. In anderen Ländern ist man das schon gewohnt. In Amerika hat jeder so ein Notstromaggregat zu Hause. Und in Deutschland kommt es eben auch immer mehr zu Blackouts. Wir hatten gestern oder vorgestern in Baden-Baden hatten wir ganz, ganz lange keinen Strom. Und wenn Sie dann zu Hause keinen Strom haben, dann sind Sie einfach unsicher und verloren. Schauen Sie mal, das ist eine aktuelle Deutschlandkarte, wo Sie sehen, wo gerade Stromausfall ist. Jeder dieser Punkte bedeutet, hier ist im Moment kein Strom. Und das ist ganz schön beängstigend. Das kann natürlich sein, weil mal ein Handwerker irgendein Kabel durchgehauen hat oder Wartungsarbeiten sind. Es kommt aber immer mehr eben auch durch Versorgungsengpässe, weil wir halt den Schritt zu erneuerbaren Energien machen. Das ist ja auch richtig so. Aber wir haben halt, wenn dann, also Sonne und Wind sind halt nicht so zuverlässig wie jetzt andere Stromquellen, sage ich mal. Und da kann es dann schon mal immer mehr zu Blackouts kommen. Da schreiben auch die Zeitungen ständig, dass wir eben uns auf sowas vorbereiten müssen. Und es wird sogar empfohlen, Notstromaggregate zu Hause zu haben. Der hier ist wetterfest. Den stellen Sie am besten nach draußen. Na, der muss ja draußen stehen, weil es ein Verbrennungsmotor ist. Stellen Sie ihn einfach in irgendeinen Verschlag. Und wenn es dann mal so weit ist, hier ist auch Benzin drin für neun Stunden, wenn es dann mal so weit ist, dann werfen Sie den einfach an. Wenn mal Strom länger als neun Stunden weg sein sollte, füllen Sie einfach ganz normales Autobenzin wieder ein. Damit sind Sie weiter eben gewappnet. Sie haben weiter Licht. Sie können weiter Ihren Kühlschrank und Gefrierschrank betreiben. Und man fühlt sich einfach sicherer. Sehr, sehr komfortabel gemacht hier eben. Er ist transportabel. Ich würde ihn jetzt nicht mit in Campingurlaub nehmen oder so. Aber als Notstromaggregat perfekt für diesen Einsatzzweck hier eben. Sie haben hier oben auch eine Tankanzeige drin. Da können Sie sehen, wann Sie Benzin nachfüllen müssen. Hier vorne ist eine Voltanzeige drin, dass Sie auch sehen, dass immer die richtige Spannung rauskommt. Das ist einfach eine Sache, die Sinn macht heutzutage, sich so ein Notstromaggregat zu holen. Die Nachfrage ist riesengroß, gerade bei diesen Stromgeneratoren, die wir hier haben. Das ist unser neuster Kandidat hier. Wunderschön in diesem Rot. Ist auch sehr, sehr sauber. Und damit können Sie Ihren eigenen Strom erzeugen, wenn es mal keinen Strom gibt. Diana, du hast auch schon mal Stromausfall erlebt. Ja, ich glaube vier Monate vor. Und das war immer noch Winter. Das war sehr kalt. Das war Abend. Ich war allein zu Hause. Und natürlich für mich, ich habe mir so viele Sorgen gemacht. Und ich glaube, wenn Sie zum Beispiel haben auch Kinder oder echt Kinder zu Hause, ich glaube, das wird schon viele Amtskinder kriegen. Also für mich, das ist ein Must-Have in jedem Haus jetzt. Und natürlich mit diesem Preis, mit dieser Leistung. Und natürlich sieht es einfach gut aus. Ja. Und Sie können das jedes Mal nutzen. Also ich bin wirklich begeistert. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu dieser Zeit, wenn jeder muss das haben. Auf jeden Fall. Da können Sie jetzt zuschlagen, weil das ist unsere Katalog-Neuheit nämlich auch. Und das ist jetzt auch hier ein TV-Sonderpreis. Der lässt sich doch echt mal sehen. Hier 455,99 Euro für Sie. Und vielleicht haben Sie jetzt auch gerade eine Baustelle. Und dann brauchen Sie irgendwie schwere Maschinen. Und damit können Sie hier auch die Maschinen betreiben. Weil dann gibt es ja noch meistens keinen Strom auf der Baustelle. Aber hiermit geht das. Und ich finde das auf jeden Fall super clever. Ja, vor allem zu dem Preis. Da hast du einfach so, für den Notfall hast du vorgesorgt. Und nicht nur für sich selber. Denken Sie auch an Ihre Lieben, die mit Ihnen zusammenwohnen. Es gibt Ihnen einfach die Sicherheit, dass wenn mal Strom wegscheinen sollte. Und Sie haben die Karte gesehen, die wird in den nächsten Jahren noch wüster aussehen. Damit sind Sie vorbereitet für den Notfall. Es ist ein Notstromaggregat, was wir hier wirklich zum sehr, sehr guten Preis Ihnen anbieten können. Kommt natürlich versandkostenfrei zu Ihnen. Ganz, ganz neu bei uns im Katalog hier. Hier sehen wir noch mal. Wie gesagt, Sie können hier bis zu 2600 Watt an Strom rausziehen. Der läuft tatsächlich bis zu neun Stunden hier mit einer Tankfüllung. Das heißt, hier kann man sich schon mal den ganzen Tag eben mit über Wasser halten, wenn mal der Strom weg sein sollte. Ein Viertaktmotor, natürlich Spritzwasser geschützt. Ich würde den ganz einfach wirklich nach draußen in irgendeinem Verschlag tun. Und wenn ich dann eben Strom brauche, habe ich den Strom und kann mir damit eben selber helfen. Ja, und das ist unsere Neuheit hier für Sie. Die bestellen Sie mit der ZX 8240 und der 569. Und das war unser Platz Nummer 10. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Platz Nummer 9 für Sie. Ja, und hier haben wir auch was ganz Feines für unsere Tierchen im Garten oder vielleicht auch auf dem Balkon. Und das ist doch auch einfach mal richtig schön. Dann kann man da ein bisschen essen oder auch was zu trinken reinmachen. Und dann kriegen auch unsere Vögelchen im Garten was zu essen. Es ist so schön, ein Vogelhaus zu haben oder ein Futterhaus. Wir haben auch so eine Vogeltränke und ein Vogelhaus bei uns. Das macht einen Riesenspaß, das im Garten eben anzugucken. Das hier ist sehr, sehr praktisch. Da brauchen Sie nicht mal einen Garten für. Schauen Sie mal, hier unten haben wir so ein Schraubgelenk. Das heißt, das können Sie ganz einfach an einem Tisch, an irgendeinem Regal oder an einem Balkon anbauen. Und dann haben Sie hier eben auf der einen Seite eine Futterschale und auf der anderen Seite eine Wasserschale. Und Sie werden sich so freuen, wenn dann die kleinen Vögelchen kommen und sich da drin baden und sich an den Vogelfutter, was Sie da bereitstellen, eben laben. Das ist eine ganz, ganz tolle, putzige Sache. Es ist jetzt das allererste Mal im Fernsehen. Ich habe es vorhin ausgepackt. Es kam heute Morgen auch. Und ich bin absolut begeistert. Du hast auch einen Balkon, ne? Ja, und natürlich für mich das auch macht es Spaß, einfach ein bisschen beobachten, wie sie kommen, ja. Und sie haben was, sieht cool aus. Und natürlich sehr, ihr habt noch auch nie gesehen. Ihr habt diese Häuschen gesehen, ja, für Vogel. Aber das normalerweise muss auf dem Baum sein. Aber hier auf ihrem Balkon, ich glaube, das ist wirklich cool. Und wenn Sie haben Kinder, ich glaube, das macht auch viel Spaß, jeden Morgen ein bisschen das Vollmachen, ja, hier ein bisschen Wasser. Und dann sind Kinder auch beschäftigt, ja, und sie machen Spaß und freuen sich. Also wirklich cool. Hast du Vögel bei dir auf dem Balkon? Ja, ab und zu kommen die auch in meine Blumen rein. Das ist ganz süß. Und wenn die jetzt noch was zu trinken bekommen, ich meine, es ist ja so heiß, da haben auch die richtig Durst. Deshalb, ich finde das super jetzt. Und das hier für den Preis Wahnsinn. Ja, das ist eben eine kleine Anschaffung, an der Sie lange, lange, lange Zeit Freude haben werden. Man kann das wirklich überall festschrauben. Also man muss nicht mal irgendwas bohren oder kleben. Kommt so zu Ihnen ganz einfach hier. Können Sie das am Balkon festmachen. Ich finde das richtig, richtig toll und niedlich. Nicht nur für Kinder, für alle. Also ich freue mich da jeden Tag dran, wenn ich bei uns die Vögel im Garten sehe. Hier, guck mal den kleinen Piepmatz. Das ist doch niedlich. Ja, auf jeden Fall. Das macht echt Spaß zu beobachten. Und unser TV-Sonderpreis liegt hier bei 17,19 Euro. Das ist doch echt mal ein Wort. Hier unsere 2 in 1 Vogeltränke und Futterstation bestellen Sie mit der ZX 82 15 und der 569. Und dann können Sie das vielleicht auch einfach mal zu Hause beobachten. Vielleicht auch mit Ihren Enkeln oder mit Ihren Kindern. Und dann tun Sie auch einfach Ihren Vögeln und Ihren kleinen Besuchern was richtig Gutes. Gerade wie gesagt bei dem Wetter, da ist es ja auch schön, wenn die dann was zu trinken bekommen. Und wir machen jetzt hier auch schon weiter mit unserem nächsten Platz, mit Platz Nummer 8 für Sie. Ja, das Produkt, was wir Ihnen jetzt zeigen, ist bestimmt auch aufgrund der aktuellen Wetterlage sehr gefragt. Das ist nämlich eine Camping-Dusche. Und ich denke, wir schwitzen alle, auch gerade im Camping-Bereich. Und da möchte man ja auch mal duschen gehen. Ja, nicht nur duschen, du kannst auch Sachen sauber machen, damit es ist unglaublich praktisch. Das ist eine Akku-Camping-Dusche. Sie sehen, wie das funktioniert. Wir haben hier einen Schlauch. Am Ende ist ein Duschkopf. Hier haben wir die Pumpe. Und die halten Sie jetzt ganz einfach ins Wasser rein. Wir haben hier mal so ein kleines Basson vorbereitet. Diana, willst du mal die Dusche halten? Ja, aber natürlich. Die schalten Sie an. Die funktioniert mit Akku. Also brauchen Sie keine weitere Stromquelle für. Oh, guck mal, wie cool, Wasser. Aber ich muss sagen, ja, natürlich, wenn wir Camping, das macht viel Spaß. Aber normalerweise, ich mag das nicht, weil normalerweise du kriegst kein Wasser, keine Dusche. Und das ist so unpraktisch. Und natürlich, ich glaube, jetzt für diesen Preis, du bekommst richtige Dusche. Und hier dabei auch, du hast diesen Haken, ja, du kannst das auf Baum... Ja, wirklich, das ist echt genial. Und einen Saugnapf kriegst du auch noch dazu. Dann kannst du es an deinem Campingmobil machen zum Beispiel. Das ist natürlich super, weil dann hat man seine Dusche immer dabei. Einfach ein Eimer Wasser, reicht ja schon. Vielleicht haben Sie irgendwo einen Fluss oder einen Bach am Campingplatz oder einen Teich. Den können Sie einfach hier diese Pumpe da reinhalten und kriegen dann hier tolles Wasser. Einen richtigen Duschstrahl kriegt man hier. Auch mal, was weiß ich, wenn man am Strand war und die Füße sauber machen will. Ach ja, stimmt, dann trägt man den Santa mal mit ins Zelt oder ins Wohnmobil. Das ist ganz unpraktisch. Ja, aber zum Beispiel beim See, das auch, diese Salz, du kannst auch rausmachen. Wenn Sie haben Haustiere für Hunde, das ist auch viel Spaß. Du kannst Tiere waschen. Und natürlich Kinder auch, man haben Spaß. Und das alles für 33 Euro für den Saugnapf. Das ist Wahnsinn. Ja, es ist so universell einsetzbar. Ich kenne das auch beim Camping, ist Duschen ein Problem. Und wir müssen keinen nicht über Hygiene leiden lassen. Wir können einfach diese tolle Dusche mitnehmen. Aber auch wenn man... Moni, willst du nicht geduscht werden? Nee, nee, für mich nicht. Verdammt von Maus. Aber eben auch mal, um Geschirr sauber zu machen zwischendurch. Da hat man eben keinen Eimer, sondern hier so einen richtigen Wasserstrahl. Überlegen Sie mal. Sie kennen das auch, wenn Sie draußen sind, wo gibt es denn da eine Dusche? So ein Glück hat am Campingplatz, da muss man aber extra für bezahlen. Und wer weiß, wer da vorher drin geduscht hat und wie sauber das ist. Ist so eine Hygiene-Sache. Und hier ein privates Duschen. Ja, und natürlich, ich glaube, Sie können das überall nutzen. Und guck mal, wie viel Wasser, normalerweise, wenn du waschst, dich beim Camping, das immer, oder mit Flasche, mit Wasser. Und auch, das kann so unbequem. Und dann, diese kleinen Wasser, die kommt so in wenige Maße. Ja, richtig. Und hier, guck mal, das ist wie zu Hause. Das ist wirklich wie zu Hause. Also ganz, ganz, einfach ganz komfortabel hier unsere Akku-Camping-Dusche. Fantastisch. Unser TV-Sonderpreis hier für Sie liegt hier bei 33,24 Euro. Und die Akku-Camping-Dusche bestellen Sie mit der ZX-8236 und der 569. Und mit der 569 sichern Sie sich hier den TV-Sonderpreis. Und ich finde das super clever hier mit dieser Camping-Dusche mit Akku. Weil dann kann man, wie gesagt, auch vielleicht mal das Geschirr abwaschen oder auch einfach mal den Hund erfrischen. Oder sich selber einfach mal was Gutes tun. Und dann muss man auch nicht mehr so ganz dolle schwitzen. Und ich finde es auf jeden Fall ein super Platz Nummer 8. Gut. So, und wir machen jetzt auch schon weiter mit dem nächsten Platz. Das ist Platz Nummer 7 für Sie. Ja, und unser nächster Platz ist auch super praktisch. Das ist hier eine 2 in 1 Kombination. Und Ingo, du verrätst uns jetzt mal, was es genau ist. Ich habe ein Handy, danke, Diana. Das ist ein Smartphone-Stativ und ein Selfie-Stick. Schauen Sie mal, wie klein der zusammenfaltbar ist. Und jetzt kann ich hier einfach das ausklappen. Und das passt dann für alle möglichen Handys, natürlich iPhone oder Android, ganz egal was. Das spannen Sie hier oben einfach ein. Und dann haben Sie diesen bekannten Selfie-Stick. Da kann man natürlich viel bessere Aufnahmen machen, als wenn man den Arm immer so hält. Da sieht man nur so, gerade noch so aus der Frosch-Perspektive. Und den Arm sieht man trotzdem noch überall. Stimmt, ja. Dazu hast du hier, und das ist das Geniale hier, einen Auslöser, einen Fern-Auslöser. Ach ja, mit Fernbedienung quasi, ja. Du kannst dann einfach mit Fernbedienung hier, ich verbinde den mal eben, der verbindet sich mit Bluetooth. Ist kinderleicht einzurechten hier, Bluetooth. Oh, was habe ich gefunden? Das ist auch ein Stativ. Ein Stativ, ja. Ein Stativ ist es nämlich auch, ganz genau. Wir können jetzt Familie-Bilder machen. Wir sind eine große Familie, Parole-TV-Familie. Ja, stimmt. Hast du den Selbstauslöser angemacht? Ich habe ihn hier schon installiert. Ist das nicht genial? Das ist wahnsinnig, klasse. Gefällt mir richtig gut. Guck mal. Und jetzt, cheese. Jetzt können wir einfach, Moni, komm mal her. Ja. Jetzt kann ich mit dem, hast du den Auslöser dabei? Dann drück jetzt mal. Cheese. Sehr gut. Wow. Wirklich. Das ist doch mal super. Ja, eben, mal Selfie machen, ohne dass Sie das Handy halten müssen. Sie können das, wie gesagt, hier mit dem Stick halten oder mit dem Stativ. Und dann mal so Gruppenaufnahmen machen. Das ist ja sonst immer schwierig. Da sucht man sich immer irgendwas, wo man das Handy hinlegen kann, stellt es auf Timer. Ja. Und jetzt kann man hier wirklich kinderleicht eben diese tollen, tollen Selfie-Aufnahmen machen. Hier, schauen Sie mal. Hier, das sieht dann eben wirklich so aus, als sieht eben nicht mehr so aus, als wenn man dann eben hier mit den Arm halten würde, sondern richtig professionelle Fotos. Tschüss. Ja, das ist doch echt mal eine gute 2-in-1-Kombination. Und dann ist auch die Person, die sonst immer die Bilder machen muss, mit auf den Bilden. Und bei Familienfesten, vielleicht beim Geburtstag oder der Hochzeit, da möchte man doch alle gerne mit drauf haben. Und das geht hier für 9,49 Euro. Sichern Sie sich hier unser 2-in-1-Smartphone-Stativ und Selfie-Stick mit der ZX8206 und der 569. Und dann können, wie gesagt, alle mit aufs Bild und keiner muss mehr irgendwie die Fotos machen und ist da nicht mit drauf. Das wollen wir ja auch nicht. So, und wir machen jetzt auch schon weiter mit unserem nächsten Platz und wir sind schon bei unserem Platz Nummer 6 angelangt. Ja, und der Platz Nummer 6, der ist auch was ganz Feines, finde ich. Jetzt ist ja so die Urlaubszeit und da möchte man ja auch sein Zuhause irgendwie wissen, dass da nichts passiert. Und hiermit haben wir jetzt die perfekte Kamera. Wir haben hier eine Outdoor-Kamera. Das ist eine Überwachungskamera, die bringen Sie ganz einfach irgendwo an. Kinder leicht hier mit dieser Vorrichtung. Sie kriegen ein Stativ, wo Sie es ranmachen können, aber auch diese Kugel. Und schauen Sie mal, die bringen Sie irgendwo an und schon hält sie dran. Sie können dann in alle Richtungen machen. Das gibt Ihnen Sicherheit. Sie können jederzeit überall auf der Welt sehen, was diese Kamera sieht. Ich gebe die dir mal rüber, Diana. Diese Kamera ist natürlich wetterfest. Wenn der Akku einmal geladen ist, dann hält der Akku hier tatsächlich bis zu einem Jahr. Aber jetzt kommt der Kluber zu. Bis zu einem Jahr. Bis zu einem Jahr. Du brauchst also keine Kabel dran. Aber guck mal, wir haben jetzt hier zusätzlich noch dieses Solarpanel, was Sie dabei haben. Dann brauchen Sie sich überhaupt nicht mehr, um den Akku zu kümmern. Dann haben wir hier nämlich tatsächlich Stromversorgung von der Sonne. Und die ist immer da und lädt den Akku Ihrer Kamera immer wieder auf. Finde ich super, dass man sich dann eben wirklich um gar nichts mehr kümmern muss, sondern ganz einfach hier die Kamera einmal aufhängt und dann hängt die da. Und man hat eben die Aufnahmen davon. Wir haben hier übrigens mal zwei Kameras, haben wir schon hier im Studio. Die eine hält die Diana gerade. Die andere habe ich hier vor der Bühne mal angebracht. Schauen Sie mal. Ach mal. Hi. Da können Sie hier jetzt auf dem Handy sehen, was diese Kamera sieht. Das Tolle ist, wir sitzen da hinten, aber ich kann hier sogar noch ranzoomen. Sehen Sie, das ist jetzt ein Live-Bild von uns. Ach so, ich hier sehe. Siehst du die? Ja. So, ich kann aber auch, und das ist das Tolle hier, ich habe jetzt hier die eine Kamera, die da hinten angebracht wurde. Ich kann aber auch die andere Kamera, die du jetzt in der Hand hältst zum Beispiel, kann ich auch ansteuern. Sehen hier, jetzt ist das Live-Bild von der Kamera, die du hier hast. Und wenn du die jetzt irgendwo hinhältst, habe ich hier natürlich das fantastische Bild. Ich mache das mal größer auch. Wow. Hier ist Diana jetzt. Und ich kann sogar hier reinzoomen noch. Die Qualität ist ja der Wahnsinn. Guck mal, ich mache jetzt. Oh, guck mal, da sind wir jetzt. Ich mache dich mal, Moni, hier. Wer ist hier? Sehen Sie das? Das sind Live-Bilder und die können Sie von überall auf der Welt sehen. Die Kamera versorgt sich selber mit Strom. Das gibt Ihnen die unglaubliche Sicherheit, dass Sie also immer alles sehen, was bei Ihnen vor der Haustür eben passiert. Die würde ich einfach nach draußen irgendwo hinhängen und dann brauchen Sie sich nicht mehr darum zu kümmern. Die Kamera hat einen Bewegungsmelder drin. Das heißt, wenn Sie etwas davor bewegt, nimmt Sie das automatisch hier eben in Full-HD auf eine kleine Micro-SD-Speicherkarte. Auf Ihnen entgeht überhaupt nichts. Und Sie haben vom Handy dann auch aus die Möglichkeit, diese Aufnahmen zu sehen. War da irgendwas gestern? War da etwas vorgestern? Was ist bei mir im Vorgarten passiert? Wer hat mir die Zeitung geklaut? Wessen Hund hat bei mir auf den Rasen gemacht? Das sind jetzt so lustige Beispiele, sage ich mal. Aber es geht ja auch um richtige Werte. Du hast auch ein Fahrrad, Diana. Ja, natürlich. Und zum Beispiel, ich kann nicht immer beobachten, was passiert dort. Oder zum Beispiel, wenn Sie fahren nach Urlaub, dass du auch wissen willst, was passiert zu Hause. Oder kennen Sie dieses Gefühl, wenn du warst zu Hause und du denkst, okay, diesen Buch zum Beispiel war an diesem Tisch. Und dann du kommst und du denkst, ja, war jemand hier oder nicht? Aber mit dieser Kamera, Sie wissen genau, wer war dort oder wer war dort nicht. Also das ist super auch gut, zum Beispiel ihre Haustiere beobachten. Unsere Kollegin, sie hat immer beobachtet ihren Hund. Und sie hat gedacht, er macht etwas Schlechtes zu Hause, aber er hat nur auf dem Couch geschlafen. Nur geschlafen, was süß. Die Kamera nimmt in Full HD auf mit Ton. Das heißt, Sie können sehen und hören, was passiert bei mir gerade zu Hause. Auch mal bei Nacht sogar. Die hat Infrarotscheinwerfer drin. Das heißt, Sie können in kompletter Finsternis sehen, was draußen vor sich geht. Natürlich fantastisches Produkt hier. Die Kamera alleine ist schon Bestseller. Wir haben sie jetzt als Katalogneuheit zusammen mit dem Solarpanel. Dass Sie sich dann um überhaupt nichts mehr kümmern müssen. Die ist klein und damit entgeht Ihnen wirklich überhaupt gar nichts. Sowas schreckt natürlich auch eventuelle böse Buben ab. Wenn Sie eine Kamera haben, Ihre Nachbarn nicht, dann wird der blöd sein, wenn er dann bei Ihnen irgendwas versucht hier. Jetzt ist ja gerade Urlaubssaison. Es lohnt sich also wirklich jetzt zuzugreifen bei unserer Katalogneuheit, damit Sie ein sicheres Gefühl haben. Vielleicht auch, wenn es irgendwie ein Gewitter gibt. Letzte Nacht hatten wir ja richtige, dolle Gewitter, Moni. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Dann sieht man auch, was passiert zu Hause. Ganz genau. Man macht sich ja immer Gedanken, was passiert zu Hause, wenn ich nicht da bin. Und gerade jetzt zur Urlaubssaison nimmt die Nachfrage nach diesen Überwachungskameras natürlich sehr viel zu. Als Katalogneuheit jetzt mit dem Solarpanel, dass Sie sich immer selber mit Strom versorgen. Ja, Sie können sich jetzt hier Ihre Sicherheit nach Hause bestellen zu unserem TV-Sonderpreis. Der liegt hier bei 85,49 Euro. Und da müssen Sie auch kein komisches, mulmiges Gefühl mehr haben, wenn Sie im Urlaub sind. Und dann haben Sie, wie gesagt, diese Sicherheit. Ich sage Ihnen auch gerne noch die Bestellnummer für unsere Autokamera mit Solarpanel. Das ist die ZX-5202 und die 569. Und damit müssen Sie, wie gesagt, keine Angst mehr haben, keine Befürchtung haben. Und wie gesagt, auch bei Unwetter oder so, Sie wissen immer, was dann bei Ihnen zu Hause ist und können es auf dem Handy nachschauen. Das ist doch echt mal klasse. Echt? Ja, und das war unser Platz Nummer 6. Und weiter geht es auch schon mit unserem Platz Nummer 5. Ja, und mit unserem Platz Nummer 5 geht es auch ganz weit hoch in die Lüfte. Oh, eine schicke Tasche. Wir haben hier ein super Produkt. Oh ja, mit einer richtig schönen Tasche. Und mit diesem Produkt können Sie ganz hoch in die Luft starten. Ja, das ist eine faltbare GPS-Drohne. Ich packe die mal eben aus. Oh ja. Sie haben das vielleicht schon mal gesehen. Wir haben diese GPS-Drohnen, das ist ein Quadrocopter, der in die Luft fliegt, der eine Kamera drin hat. Ich nehme die hier mal eben raus und will die Ihnen eben zeigen. Das ist der Koffer, in dem das kommt. Und du siehst schon, das ist total weich gemacht hier alles. Ist super gepolstert. Ideal natürlich für den Transport und zur Lagerung. Das ist die Fernbedienung dazu. Wir lassen den hier drin jetzt nicht fliegen. Das ist eine Outdoor-Drohne und die würde im Studio völlig verwirrt durch die Gegend fliegen, sage ich mal. Aber draußen macht das natürlich einen Riesen-Spaß. Die falten Sie ganz einfach auseinander. Das mache ich mal eben. Und dann sehen Sie die komplette Größe dieser tollen, tollen Drohne. Moment, ich muss den anderen zuerst nehmen. Die sieht richtig schick aus. Der hat viermal diese Rotoren dran. Damit liegt er absolut ruhig in der Luft. Der hat einen Optical Flow. Das bedeutet, wenn Sie den Startknopf drücken auf der Fernbedienung, startet er ganz automatisch und liegt dann ruhig in der Luft. Hier sehen wir mal so ein Bild in Action von dem. Das ist unsere neueste Drohne, die so viele Funktionalitäten hat. Die will ich mal eben auflisten, dann sage ich Ihnen, was das alles bedeutet. Wir haben eine 4K-Kamera vorne drin. Das heißt, die Aufnahmequalität ist fantastisch. Sie haben vielleicht schon einen 4K-Fernseher zu Hause. Dann wollen Sie natürlich auch, dass das in der Auflösung dann bei Ihnen auf dem Fernseher zu sehen ist, was diese Drohne aufnimmt. Sie können gleichzeitig natürlich auf dem Handy oder auf einem Tablet sehen, was diese Kamera sieht. Dann können Sie richtig auf Sicht fliegen, ganz neue Perspektiven entdecken, ganz neue, ja, Ihr Haus mal von oben sehen. Überleg mal. Oder auf Festivitäten. Du kannst dann so um eine Hochzeitsgesellschaft rumfliegen. Sie kennen diese Aufnahmen. Das können Sie jetzt selber machen mit dieser fliegenden Kamera. Die Kamera selber, hier vorne ist sie drin. Und Sie sehen das schon, die ist so wackelig aufgehängt. Das ist ein Dreiachsen-Gimbal. Sehen Sie das hier? Ich hoffe, man sieht es. Die Kamera geht also so und rechts und links. Wenn die Drohne fliegt, dann bleibt diese Kamera immer automatisch auf dem Zielobjekt drauf. Das heißt, egal, ob Sie jetzt nach rechts oder links oder hoch oder runter nicht so ganz ruhig fliegen, die Kamera macht absolut ruckelfreie Aufnahmen. Das ist ein Feature, was normalerweise viel, viel Geld kostet. Dann haben Sie, und das ist das ganz Neue hier auch dran, da oben diesen Knubbel auf dieser Drohne. Das ist ein 360-Grad-Abstandssensor. Und der bewirkt nun, dass du nicht mehr gegen Mauern fliegen kannst. Das ist also, sobald du dich einer Mauer näherst, und das ist egal, in welche Richtung, deswegen ist es 360 Grad, bremst die Drohne und sie fliegen eben nicht irgendwo gegen. Das ist ein Abstandssensor hier oben. Ich kann mal sehen, ob man den sieht. Hier oben, das ist eine Kamera, die dreht sich eben um 360 Grad. Je nachdem, in welche Flugrichtung du fliegst, dreht sich diese Kamera und sieht eben, wenn du auf irgendetwas zufliehst, die Drohne soll ja ganz bleiben, aber wenn man mit der irgendwo gegenfliegen würde, dann ist es schon ein bisschen gefährlich hier. Die hat 800 Meter Reichweite, das ist fast ein Kilometer. Hat 120 Meter in der Höhe, kann ich die fliegen. Und dabei immer sehen, auf dem Live-Bild, was diese tolle Gimbal-Kamera sieht. 25 Minuten Flugzeit ist sehr lange für eine Drohne. Oh ja, das stimmt. Und die ist, jetzt halte ich fest, 45 Stundenkilometer schnell. So schnell? Wahnsinn! Da kannst du dann diese tollen Aufnahmen machen, hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn irgendwas hinter deinem Auto herfliegt oder um dein Auto rum, während du fährst. Oder wenn die an der Schwimmen geht, dann kann ich sie auch füllen von oben. Oder zum Beispiel auch bei Feiern, wenn sie haben große Feiern wie Hochzeit zum Beispiel oder Geburtstag, dann viele Leute und du willst ganze diese Location, diesen Startort Film aufnehmen. Das ist wirklich cool und das ist eine professionelle Kamera, ja, hier. Richtig 4K und wie gesagt, durch dieses Drei-Achsen-Gimbal, was wir hier drinnen. Wie bei uns, ne? 4K, wir nehmen auch hier mit 4K auf, das ist die gleiche Qualität. Das ist schon beeindruckend, weil die Aufnahmen, die sie mit so einer Drohne machen können, die ist kinderleicht zu fliegen. Ihr habt die alle schon geflogen, ne? Ja, das macht richtig Spaß. Und bevor du hier bei Pearl gelandet bist, nie irgendeine Drohne geflogen, ne? Ne, ist richtig. Ich fliege noch nicht so lange mit den Drohnen hier, aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß und man gewöhnt sich da super dran. Und mit diesem Abstand sind so, da kann auch gar nichts passieren. Von daher also bestimmt auch perfekt für Sie. Vielleicht ist das auch Ihr neues Hobby. Dann greifen Sie auf jeden Fall jetzt zum Hörer und bestellen sich die, weil das macht echt Spaß. Und Sie haben noch so ganz schöne Aufnahmen mit dazu. Und vielleicht auch einfach mal so von der Regenrinne oder so. Und dann sieht man auch mal wieder, dass man auch die wieder säubern muss. Ja, man hat ja ganz viele Möglichkeiten damit. Ja, das ist es. Wir haben hier tolle, tolle Möglichkeiten mit dieser Drohne, eben neue Perspektiven zu entdecken. Das macht so einen Spaß. Und gerade jetzt hier bei uns in der Top 10 Neuheiten sehen Sie nur neue Sachen. Das ist unsere neueste Drohne hier mit Abstandssensor, Optical Flow. GPS hat die auch noch. Da kannst du Routen vorprogrammieren mit ganz, ganz einfacher Steuerung. Das ist das Fantastische hier mit unserer neuesten und tollsten Drohne. Ja, und ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer hier für unsere Drohne. Das ist die ZX5260 und die 569. Und wir machen jetzt auch schon weiter mit unserem nächsten Platz. Und das ist Platz Nummer 4. Ja, eben waren wir noch in den Lüften und jetzt gehen wir mal auf die Straßen und in den Verkehr und vielleicht auch sogar ins Auto. Oder dafür ist es ja sogar gemacht, weil da geht es ja auch immer heiß her auf der Straße. Da geht es heiß her auf der Straße. Sie haben das vielleicht auch schon mal erlebt. Das heißt, mit Sicherheit haben Sie das schon mal erlebt, wenn Sie Auto gefahren sind. Es gibt Verrückte da draußen. Die achten nicht auf Spuren. Die achten nicht auf Vorfahrt. Und dann kommt es schon mal zu Unfällen. Vielleicht ist Ihnen das sogar schon mal passiert. Und wenn ein Unfall passiert, dann heißt es immer, der eine sagt das, der andere sagt das. Die Ampel war rot. Nein, die war nicht mehr rot. Hier mit so einer Dashcam, die Sie einfach an die Windschutzscheibe hängen, können Sie das alles aufnehmen hier in Full HD. Es ist eine Qualitätsmarkenkamera hier von Hama. Also das ist ja schon mal ein Name Hama hier in Deutschland. Oh ja, das stimmt. Damit kriegst du diese tollen, tollen Aufnahmen, wo dann eben ganz klar und deutlich zu sehen ist, was passiert ist. Durch das Full HD kannst du dann auch Nummernschilder drauf erkennen. Dann ist ja auch oft so, dass hier irgendjemand reinfährt und dann abhaut. Hier kann man dann noch die Nummernschilder erkennen. Es gibt Ihnen einfach Sicherheit, weil Sie hier mit einem unbestechlichen Zeugen dabei haben. Und das ist anerkannt in Deutschland übrigens. Bei Gerichten dürfen diese Aufnahmen tatsächlich bei Unfällen auch als Beweismittel genommen werden. Guck mal hier. Guck mal, oh mein Gott. Ja, das sind so Situationen, die sieht man mal im Straßenverkehr. Das haben wir jetzt mal so auf YouTube zusammengesammelt. Guck mal hier, der LKW fährt einfach rüber, ohne zu gucken. So was ist gefährlich. Und wenn es dann zu einem Unfall kommt, dann kann der ja sagen, Mensch, Sie waren ja viel zu dicht drauf auf mir. Hier kann man eben sehen, dass das eben nicht der Fall war. Durch die Full HD Aufnahmen, natürlich auch fantastisch für Urlaubsaufnahmen. Manchmal fährt man ja so durch die Alpen oder so, sieht diese wunderschönen Landschaften. Kann man hier dann eben auch gleich perfekte Aufnahmen mitmachen. Es macht einfach Sinn und Spaß, so eine Kamera zu haben. Gerade durch dieses unbestechlichen Zeugen. Es ist immer mehr verbreitet in Deutschland. Sie sollten sowas auch haben, damit Sie im Falle eines Falls eben sagen können, ich war nicht schuld. Wir waren in Bremen, vor drei, vier Wochen haben wir an der roten Ampel gestanden. Und dann kam von hinten ein Polizeiauto mit Blaulicht. Und dann musste er Platz machen, dann sind wir nach vorne gefahren, ein bisschen so ganz langsam. Aber dann kam so eine Blitzkamera, weil wir bei Rot über die Ampel gefahren sind. Wenn wir da ein Ticket gekriegt hätten für, dann musst du denen erst mal sagen, da kam ein Polizeiauto. Deswegen bin ich nach vorne gefahren. Das kann Ihnen also wirklich sehr, sehr viel Ärger ersparen, wenn Sie das hier eben dann auf Video haben in so einer Situation. Gebt Ihnen einfach Sicherheit, weil das ist ein unbestechlicher Zeuge. Hier von Hamer als Katalogneuheit unsere Full HD Dashcam. Und die kostet unglaublich wenig Geld. Die kann sich wirklich jeder leisten. Auf jeden Fall hier unser TV-Sonderpreis für Sie liegt hier bei 18,99 Euro, also sogar noch unter 20 Euro. Und Sie ersparen sich da viel, viel mehr Geld, denn es kann ja immer mal irgendwie was Brenzliches passieren. Und dann kann man sich vielleicht auch gar nicht mehr an das Nummernschild erinnern, weil man so unter Adrenalin steht. Aber hiermit haben Sie Ihren Zeugen und dann wissen Sie immer, was passiert ist. Und wie gesagt, diese Aufnahmen können Sie ja auch speichern und dann vor Gericht verwenden. Das ist ja zugelassen und das ist doch jetzt hier echt mal eine super Lösung. Ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer für die Full HD Dashcam. Das ist die ZX4101 und die 569. Und dann haben Sie hier Ihren unbestechlichen Zeugen immer mit dabei. Und auf jeden Fall kann ich Ihnen das nur ans Herz legen. Das macht so einen Spaß, diese neuen Produkte zu zeigen. Ja, auf jeden Fall. Für uns sind die ja auch alle neu. Also das ist was Besonderes und dann hier in der Top Ten macht das natürlich besonders Spaß. Ja, und wir sind jetzt bei unserem Platz Nummer drei schon und der kommt auch jetzt schon. Ja, und hier haben wir was ganz Passendes zum Sommer, zu dem Wetter momentan. Wir schwitzen hier ganz gut alle im Studio und ich denke auch bestimmt Sie zu Hause. Deshalb seien Sie jetzt gespannt. Ja, hast du schon mal so einen hübschen Tischventilator gesehen, Moni? Habe ich noch nicht, nein, noch nie. Unglaublich, dieses rotorlose Design finde ich so genial. Oh ja. Man hat keinen Rotor drin, das kommt aber trotzdem alles hier raus. Ich weiß nicht genau, wie Sie es machen. Ist dadurch natürlich auch absolut sicher für Kinder und unsere pelzigen Freunde, unsere Hunde und Katzen. Da kommt richtig viel Luft raus in verschiedenen Stufen natürlich. Sehr, sehr schick und elegant. Den kann man hier überall hin mitnehmen. Der funktioniert mit Akku. Das heißt, Sie brauchen keine Batterien, kein Kabel. Einfach mitnehmen. Und dann drücken Sie vorne drauf und kriegen diese frische Luft, die wir im Moment alle brauchen. Es ist furchtbar im Moment. Also bei uns im Studio ist es auch sehr warm. Bei euch in der Garderobe ja auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Da schmilzt schon unser Make-up. Obwohl wir es noch gar nicht aufgetragen haben. Aber es ist einfach super hier. Ich finde es auch sehr, sehr vom Design her sehr schick auf jeden Fall. Und das ist auch einfach super angenehm. Vielleicht auch für Sie zu Hause, im Büro oder so. Weil irgendwann lässt ja bei diesem heißen Wetter auch einfach die Konzentration nach. Und man wird immer so müde und träge. Ja, man fühlt sich matschig. Das ist ein sehr schicker Ventilator. Und hier sehen wir mal im Zuspieler, was der noch kann. Der hat hier dieses Stimmungslicht da innen drin. Da kannst du tatsächlich fünf verschiedene Farben oder einen Farbwechsel einstellen. Das ist absolut schick, ne? Ja, und super leise kann ich auch sagen. Das bedeutet für Schlafzimmer, das ist einfach super. Kann auch wie ein kleiner Nachttisch, Nachleuchte sein, ja? Weil wir haben hier verschiedene Farben. Ich glaube, für Kinder auch, das ist gut. Weil sie schwitzen auch natürlich. Das ist auch sehr schwer. Aber mit diesem Licht, sie können auch Licht wählen, ja? Ja, diese so viele Farben haben wir, sieben, ja? Fünf Farben haben wir, wir haben blau, türkis, türkisblau, pink und gelb. Sieht sehr stylisch aus, ja. Ich würde bei mir tatsächlich das Blau nehmen. Blau ist meine Lieblingsfarbe hier. Und das gibt einem dann nochmal so ein beruhigendes Gefühl, wenn man hier seine Lieblingsfarbe einstellt. Wie gesagt, der ist super schick, funktioniert ohne Kabel, ohne Batterien, weil der Akku betrieben ist. Der läuft dann stundenlang, drei bis sechs Stunden hier, wenn Sie diesen losen Tischventilator bei sich auf den Tisch stellen oder eben egal wohin. Den können Sie ja einfach mitnehmen, weil Sie nicht kabelgebunden sind. Und ich finde den richtig, richtig klasse. Super schick, super elegant. Heute bei uns als TV-Neuheit. Ja, und heute zu unserem TV-Sonderpreis hier. Der ist bei 44,64 Euro. Und da haben Sie hier einen richtig schicken Design-Highlight, finde ich für mich. Einen richtig schicken Ventilator. Und dann haben Sie auch dieses angenehme Gefühl bei sich zu Hause. Und wie gesagt, der ist akkubetrieben. Den können Sie in jeden Raum mit hinnehmen. Vielleicht auch mal beim Kochen oder so. Da ist es ja auch immer ganz gut warm. Und ich sage Ihnen hier auch gerne noch die Bestellnummer für unseren roterlosen Tischventilator mit Akku und LED-Licht. Das ist die ZX-6160 und die 569. Und mit der 569 sichern Sie sich hier diesen TV-Sonderpreis. Und ich finde das auf jeden Fall super, super schick. Und auch mit diesen verschiedenen LED-Lichtern, mit den verschiedenen Farben. Und wie gesagt, man kann es auch super einfach mal nebens Bett stellen als Nachtlichter. Hat Diana vollkommen recht gehabt. So, und das war unser Platz Nummer 3. Und nach Platz Nummer 3 kommt natürlich der Platz Nummer 2. Und den zeigen wir Ihnen jetzt. Okay, und hier haben wir was ganz, ganz Feines. Also das dürfte in meiner Handtasche auf jeden Fall nicht fehlen. Das ist nämlich eine Powerbank. Ja, das ist keine normale Powerbank. Das ist eine Powerbank, die ein Solarpanel vorne drauf hat. Das heißt, du brauchst die nicht an der Steckdose zu laden. Das Handling hältst du dir einfach in die Sonne oder legst du aufs Armaturenbrett oder legst du einfach mit auf den Tisch, wenn du draußen sitzt. Dann lädt sich die durch dieses Solarpanel selber wieder auf. Wahnsinn. Wir haben hier 20.000 Milliamperestunden drin. Das heißt, ein handelsübliches Handy kannst du hier zehnmal wieder mit aufladen. Wir haben die Anschlüsse dran, das kennen Sie von Powerbanks. Die ist trotzdem sehr klein, trotz dieser riesengroßen Kapazität. Und dann haben wir hier an der Seite auch noch diese Lampe dran. Diese Lampe ist unglaublich schick, weil wir hier natürlich einen großen Scheinwerfer haben. Ich mache den mal eben an und das Ganze, schauen Sie mal, den Scheinwerfer, der macht richtig, richtig Licht. Super, super praktisch, elegant hier. Ich kann das auch noch hier in der Dunkelheit ein bisschen verstellen. Ich kann das auch noch SOS machen lassen. Alles hier mit dieser Powerbank. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich noch nie gesehen habe vorher. Schauen Sie mal, hier ist dieses Blitzsymbol. Das heißt, es handelt sich hier um eine G-Ladestation. Das bedeutet, wenn Sie ein Handy haben, was das unterstützt und die neuen iPhones, Samsung, viele, viele moderne Handys unterstützen das bereits, kann ich das laden, ohne dass ich ein Kabel ranmache. Ich will das mal eben zeigen hier. Ich lege das dann nämlich einfach nur drauf. Ups, ich mache es mal aus hier. Ich mache das mal aus und dann sehen Sie hier, geht dann das Laden los. Bei dieser Powerstation, das Ganze kabellos, wird jetzt das Handy hier geladen. Hier sehen Sie die Anzeige. Es ist wirklich toll, diese Technologie, dass wir das jetzt eben tatsächlich auch in einer Powerbank haben. Du hast auch ein iPhone, bei dem geht das auch, ne? Ja, mit meinem Handy geht das auch und ich finde das super praktisch, weil da muss man nicht immer dieses Kabel irgendwie da reinstecken in diese Ladebuchse, weil die leiert ja dann auch aus und dann kommt vielleicht sogar Dreck rein. Deshalb finde ich das super praktisch, dass man das einfach drauflegen kann und dann wird schon schwuppdiwupp das Handy geladen. Und hier auch noch mit dem Solarpanel dran, also besser geht es ja gar nicht. Es ist schon Wahnsinn, wie weit die Technik heute ist. Das ist jetzt eben hier ohne Kabel geprökelt. Normalerweise muss man ja immer diesen kleinen Stecker da unten irgendwo reinstecken. Hier einfach nur drauflegen und Ihr Handy wird wieder geladen. Das habe ich noch nie bei einer Powerbank gesehen. Schauen Sie mal, wie flach die ist, wie klein die ist. Die kann man wirklich überall hin mitnehmen. Unsere beste Powerbank, die wir im Programm haben, meine ich, hier eben auch noch durch diese Solartechnologie, dass wir die eben einfach in der Sonne wieder aufladen müssen und nicht stundenlang an die Steckdose hängen, wird hier wieder bis zu 20.000 mAh Strom reingegeben. Und die ganzen Anschlüsse sind hier auch nochmal versteckt. Wir sehen, wir können hier zweimal USB-C, also die ganz modernen Anschlüsse machen und die normalen USB-Stecker. Also vom Komfort und vom Luxus habe ich noch keine vergleichbare Powerbank gesehen. Da stimme ich Dir voll und ganz zu und die ist auch in unserem aktuellen Katalog zu finden. Und das jetzt in unserem TV-Sonderpreis 34,19 Euro. Sie bestellen hier unsere Solarpowerbank mit der ZX 3159 und der 569. Und dann können Sie Ihr Handy einfach aufladen, indem Sie es, wie gesagt, auf die Powerbank drauflegen. Sie haben hier noch eine LED mit dabei, ist ja auch super praktisch, mal im Zelten oder beim Zelten, im Zelt oder so. Und damit haben Sie auf jeden Fall hier was richtig Praktisches. So, und das war unser Platz Nummer 2 und wir machen jetzt weiter mit unserem Platz Nummer 1 für Sie. Juhu! Ja, und unser Platz Nummer 1 ist was ganz Feines, ein richtiges Highlight hier, unser leistungsstärkstes Powerpack. Wahnsinn! Wir haben das größte, stärkste Powerpack, das wir je im Sortiment hatten, als Katalogneuheit heute für Sie auf Platz Nummer 1. Das ist so stark und Sie haben das gesehen, Diana ist mit einem Haartrockner hier reingekommen. Ein Haartrockner braucht schon mal 2000, 2200 Watt, wenn man den volle Pulle auf volle Hitze macht. Und dieses Powerpack, Powerpack sind tragbare Steckdosen, hat genug Power, um diesen Haartrockner zu betreiben. Schauen Sie mal, ich stecke den hier in eine Steckdose und jetzt kann man hier sich einfach mal die Haare trocknen. Es ist so viel Kraft in diesem Powerpack, das ist, also mehr hatten wir noch nie und dann können Sie das eben auch von der Kapazität auch noch stundenlang betreiben, diese ganzen Geräte. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel hier mit diesem Haartrockner. Auch vielleicht eine praktische Anwendung ist, wenn Sie irgendwo draußen in der Natur sind, können Sie trotzdem Ihren Haartrockner benutzen. Sie können auch eine Mikrowelle benutzen, Sie müssen auf nichts verzichten. Dieses Powerpack hat 11 Anschlüsse. Sie haben hier die 230 Volt, Sie haben USB, Sie haben 12 Volt und auch hier noch die 12 Volt, die Sie alle gleichzeitig benutzen können. Ich kann gleichzeitig bis zu 4.500 Watt rausziehen. 4.500 Watt, das sind zwei Haartrockner. Könntet ihr euch in der Natur gleichzeitig die Haare trocknen? Ich bin ganz begeistert. Oder vier Staubsauger. Ja, stimmt, das Auto-Aussaugen ist ja auch immer so die Sache. Das nimmt man einfach mit, weil man hier eine Stromquelle zum Mitnehmen hat. Da ist Energie drin. Wie gesagt, Sie können Sachen bis zu 4.500 Watt anschließen. Und dann haben wir hier auch eine Mordskapazität, die größte Kapazität, die wir je hatten in einem Powerpack hier drin, dass Sie also am längsten Ihre Geräte betreiben können. Natürlich für den Camping- und Outdoor-Bereich. Ich habe gesagt, Sie brauchen jetzt auch nichts mehr zu verzichten. Egal, ob das Fernseher ist, ob das hier unser Haartrockner ist, ob es eine Mikrowelle ist. Sie können alles von zu Hause mitnehmen und hier reinstecken und können das dann betreiben. Natürlich, auch im Falle eines Stromausfalls hilft Ihnen dieses kleine Gerät. Es ist handlich. Sehen Sie, es hat einen Griff. Man kann das hin und her tragen. Es ist handlich. Man kann das überall hin mitnehmen. Im Falle eines Stromausfalls hilft es Ihnen stundenlang über einen sogenannten Stromausfall hinweg. Die Anwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig hier. Vielleicht haben Sie einen Schrebergarten, wo keine Steckdose ist. Das ist eine Steckdose zum Mitnehmen und das ist unsere stärkste Steckdose zum Mitnehmen. Also so viel Power und so viel Kapazität haben wir sonst bei keinem einzigen Gerät bei uns. Hier vorne die Anzeige, ausgesprochen toll gemacht hier. Hier können Sie sehen, wie viel Watt gerade entzogen werden. Hier können Sie den Füllstand sehen. Sie können sehen, wie lange Sie ein Gerät, was jetzt hier gerade läuft, noch betreiben können. Das wäre bei einem handelsüblichen Fernseher, sagen wir mit 140, 150 Watt, könnten wir den also 16, 17 Stunden laufen lassen. Das ist ja ordentlich. Mit einer Ladung. Wow. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich bin richtig begeistert. Auch vom Design her finde ich sehr, sehr schön auf jeden Fall. Man kann es auch mal auf den Tisch stellen, vielleicht im Garten und dann vielleicht einfach mal seine Lichterketten anschließen. Oder wie gesagt, hier auch einfach, wenn Sie vielleicht ein Hobby haben, Ihre Sachen anschließen. Oder vielleicht auch einfach mal die Hecke schneiden oder das Auto aussaugen. Weil damit geht es ja einfach super praktisch. Es ist grenzenlos, was man damit machen kann. Es ist immer ausverkauft. Also es war, glaube ich, nie wirklich lieferbar, weil wir haben das gezeigt und dann war die erste Lieferung komplett ausverkauft. Die nächste Lieferung, die verfügbar ist, sehen Sie hier im Overlay. Das dauert noch einen kleinen Moment, aber dann haben Sie dieses Powerpack. Sie kriegen also das Powerpack jetzt zu diesem TV-Sonderpreis und natürlich so schnell wie möglich, wahrscheinlich um das Datum. Unsere Produktmanager tun alles, was sie können, das nochmal schneller zu machen. Das klappt auch oft. Aber das ist jetzt das Datum, was zurzeit hier bei uns ist. Aber die werden uns aus den Händen gerissen, diese Powerpacks. Das ist unser größtes, leistungsstärkstes Powerpack. Dauerleistung hier 2.200 Watt, Spitzenbelastung ist 4.500 Watt. Das schafft sonst kein Powerpack. Deswegen ist es bei uns auf Platz Nummer 1 das größte, schönste, leistungsstärkste Powerpack in unserem Sortiment. Es ist so eine Erleichterung, wenn man weiß, dass man immer Strom hat, egal wo man ist oder in welcher Situation man ist. Schauen Sie mal hier. Schwere, große Maschinen kann ich hier mit betreiben. Diese riesengroße Kreissäge, die unser Kollege jetzt gleich hier anschalten wird, kann ich damit betreiben. Das sind schon richtige Werkzeuge hier. Und die brauchen eben diesen Strom. Und unser Powerpack ist groß genug, dass Sie diesen Strom hier dann tatsächlich auch dabei haben. Und egal wo Sie sind, können Sie immer hier Ihre elektrischen Geräte benutzen. Egal, ob da eine Steckdose ist oder nicht. Weil Sie ja Ihre Steckdose zum Mitnehmen dabei haben. Fantastisch. Auf jeden Fall. Und Sie können sich jetzt hier unser größtes Powerpack vorbestellen mit unserem TV-Sonderpreis. 1899 Euro und 99 Cent. Und wie gesagt, vorbestellen. Aber dann ist es auch demnächst auf jeden Fall bei Ihnen. Und dann können Sie es auch schon nutzen und auch die ganzen Vorteile für sich entdecken. Und ich sage Ihnen noch, die Bestellnummer, das ist die ZX-3215 und die 569. Und auch unser Powerpack haben wir hier als Vorteilspack für Sie zusammengepackt mit dem Solarpanel. Ja, Vorteilspack bedeutet diese zwei Sachen hier. Unser Solarpanel mit unserem größten Powerpack. Zusammen bekommen Sie billiger, als wenn Sie das einzeln bestellen. Ja. Auch das müssen Sie vorbestellen. Es ist unser größtes Solarpanel, größtes mobiles Solarpanel mit unserem größten Powerpack. Das ist kinderleicht aufzubauen. Sie können das in der einen Hand dieses Solarpanel nehmen. In die andere Hand nehmen Sie Ihr Powerpack und haben dann praktisch ein mobiles Solarkraftwerk. Denn das ist das, was das hier ist. Sie erzeugen Strom selber, den Sie dann benutzen können. Hier mit unserem Powerpack. Da sind Füße dran, dass es automatisch hier im richtigen Winkel zur Sonne steht. Monokristalline Solarzellen. Dann legen Sie ein Kabel von der Solarzelle zum Powerpack und haben in dem Moment schon Ihr Solarkraftwerk. Und zwar Ihr Powerhouse, sage ich mal. 240 Watt kommen hier raus in Ihr Powerpack. Damit brauchen Sie keine Steckdose mehr, um es aufzuladen. Sie sind autark. Egal, wo Sie sind, Sie können Ihren eigenen Strom erzeugen. Mit dem größten Powerpack, was wir haben als Paket, mit unserem größten Solarpanel. Also mehr Kraft geht gar nicht. Und das ist dann eben, gibt Ihnen die Freiheit, egal wo Sie sind, in welcher Situation Sie sind. Sie haben Strom. Egal, was passiert, Sie haben Strom. Sie erzeugen Ihren eigenen Strom. Man kann auch gar nichts falsch machen. Also es ist ein Kabel, das kann man nur in eine Richtung hier reinstecken. Und damit erzeugen wir unseren eigenen Solarstrom. Absolut klimaneutral und CO2-frei natürlich. Und vor allem auch noch umsonst, weil die Energie fällt vom Himmel durch das Sonnenlicht. Tageslicht alleine reicht schon. Und Sie ernten diese Energie einfach und packen sie in Ihr Powerpack. Also genialer geht es nicht. Auf jeden Fall. Und das jetzt zu unserem wahnsinnig guten TV-Sonderpreis. Das ist hier unsere Kombination. Das ist super clever, jetzt zuzuschlagen. Weil günstiger geht das auf gar keinen Fall. Sie müssen es jetzt natürlich vorbestellen. Und ich sage Ihnen auch gerne nochmal, die Bestellnummer, das ist die ZX-3216 und die 569. Hierfür unsere Kombination, unser leistungsstärkstes Powerpack mit dem Solarpanel. Ja, und das war es tatsächlich auch schon mit unserer Top 10 der Katalog Neuheiten und den Bestsellern aus dem aktuellen Katalog. Und vielleicht haben Sie auch was Schönes gefunden. Dann können Sie jetzt gern zum Hörer greifen, die 0800 51 51 und dreimal die 4 wählen. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß damit.